Nach einer Massenkarambolage mit mehr als 130 Fahrzeugen auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sechs angestiegen. Die Karambolage ist durch Eisentwicklung wegen überfrierenden Regens ausgelöst worden. Es gab mehrere Personen, die in ihren Fahrzeugen gefangen gewesen sind. Wir haben dann mit hydraulischen Rettungsgeräten die Personen aus ihren Fahrzeugen schneiden müssen. Im Moment wissen wir, dass es sechs Todesfälle gibt. Es sind 36 Personen ins Krankenhaus gebracht worden und insgesamt 65 Personen werden in den Krankenhäusern in der Umgebung wegen kleineren Verletzungen behandelt. Wir wissen auch, dass es sich um über 100 Fahrzeuge handelt. Örtliche Medien haben berichtet, dass sich die Unfallzone über rund 2,5 Kilometer erstreckt hat. Auf den Bildern sieht man ganz gut, dass zahlreiche Autos und auch Lastwagen ineinander verkeilt sind. Rettungskräfte haben laut Medienberichten zum Teil Probleme, sich durch die Trümmer zu den Eingeschlossenen durchzukämpfen. Sie sind besorgt gewesen, dass ihnen nach Stunden bei Minustemperaturen Unterkühlungen drohen. Für Familien ist ein Sammelzentrum in der Nähe eingerichtet worden. Medienberichten zufolge sind 14 Ambulanzen im Einsatz. Die Massenkarambolage hat sich im morgendlichen Berufsverkehr gegen 6 Uhr ereignet. Durch den Unfall hat sich dann der Verkehr auf einer Länge von mehr als 12 Kilometern aufgestaut.